Gesetzmäßigkeiten aus dem normalen Leben gelten häufig auch an der Börse. Dazu gehört unter anderem die sogenannte selektive Wahrnehmung. Realitäten werden dabei oft ganz unterschiedlich bewertet. Und genau darüber werden wir sprechen mit Vermögensverwalter Andreas Glogger von Glogger & Partner hier in seinem heimischen Büro. Herzlichen Dank, dass wir zu Gast bei Ihnen sein dürfen. Um es mal auf gut Deutsch zu sagen, Herr Glogger, reden wir hier eigentlich von dem menschlichen Tunnelblick, der uns immer wieder in die Quere kommt? Definitiv, das sehen wir ja nicht nur an der Börse, sondern auch in der Wahrnehmung der Medien, der Nachrichten, der Presse. Wir nehmen häufig nur das wahr, was wir denn auch gerade wahrnehmen wollen und was gerade in unsere Meinung auch reinpasst. Das heißt, im Klartext, habe ich mal eine Aktie gekauft, blende ich im Zweifel auch alle negativen Nachrichten aus? Das ist mit einer der großen Folgen und zugleich auch Fehler. Ja, dass man meint, die Entscheidung so richtig und fundiert getroffen zu haben, dass das gar nicht sein kann, dass im Nachhinein jetzt da irgendwelche negativen Nachrichten neu kommen oder gar mein ursprüngliches Ergebnis beeinflussen. Sondern es ist immer wieder festzustellen, dass viele Privatinvestoren einfach dann an der Entscheidung festhalten und festhalten und nochmals festhalten. Wie gehen Sie denn als Profi mit diesem Phänomen um? Genau, um hier entgegenzuwirken, haben wir klare Prozesse entwickelt. Das geht los bei der Selektion der Medienpartner oder auch deren Funktion. Wir haben aus den Medien auch sogenannte Kontraindikatoren entwickelt, wo wir genau das Gegenteil vielleicht von dem tun sollten, was gerade auf der Titelseite der Bildzeitung oder irgendeines anderen Fachzeitschriftes eben steht. Mit solchen Regeln und anderen Parametern wie die Türe zumachen, sich zurückziehen, ein entsprechendes Team kann man genau dieser Fehleinschätzung ein großes Stück weit entgegenwirken. Sie sprechen immer wieder das Team an, das Ihnen dabei auch hilft. Wie hilfreich ist es denn am Ende des Tages wirklich, dass viele Menschen auf einen Vorgang schauen, viele Experten vielleicht auch dadurch auch unterschiedliche Wahrnehmungen möglich sind? Das ist sicherlich eine Bereicherung und in unserem Team gibt es klare Teamregeln, die genau darauf abgezielt sind, die Fehlerquoten, die wir sonst hätten, möglichst gering zu halten. Was halten Sie denn von der Idee, auch mal Transaktionen andersrum zu betrachten? Also bei einem Kauf erst einmal die Argumente zu prüfen, die dagegen sprechen. Ist das dieser Kontraindikator, von dem Sie schon gesprochen haben? Das ist ein weiterer klarer Qualitätspunkt in unserem Investmentprozess, dass wir immer bei jeder Entscheidung die andere Seite versuchen einzunehmen, weil bei jedem Kauf brauche ich ja einen Verkäufer. Und der, der die Aktie verkauft, muss ja gute Gründe haben, warum er sie denn vielleicht gerade verkauft. Deswegen muss man da sehr, sehr genau hinschauen, damit man selber auch wirklich den Wald vor lauter Bäumen vielleicht nicht mal gerade sieht, ist das eine sehr wichtige Erkenntnis, die Seite gegenüber zu durchleuchten und dann zu einem finalen Ergebnis über Kauf oder Verkauf zu kommen. Wie lässt sich also selektive Wahrnehmung vermeiden? Der menschliche Tunnelblick, wie oft steht er in der Quere? Antworten von Vermögensverwalter Andreas Glogger. Herr Glogger, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.